Moderne, smarte Gebäude produzieren ständig Daten. Daten zum Energie- und Wärmeverbrauch, zur Eigenstromproduktion, zur Belegung von Seminarräumen und Parkplätzen, zur Personenzählung durch ein intelligentes Türschloss und für zahlreiche andere Anwendungsfälle. Werden diese Daten aufbereitet und genutzt, können sie ganze Stadtquartiere intelligenter machen. Für die Nutzerinnen und Nutzer der Daten bringt das viele Vorteile mit sich. Durch Teilen von Parkplätzen, Überschusswärme oder Strom, neudeutsch auch Schälen genannt, können HausbewohnerInnen und EigentümerInnen viel Geld sparen. Digitale Tools, die Gebäudedaten visualisieren, könnten auch dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin einer Stadt das Planen und Bewerten, zum Beispiel von Klimaschutzmaßnahmen oder Programmen zur Gebäudemodernisierung erleichtern. Die intelligente Nutzung von Gebäudedaten wäre ein großer Beitrag zur Smart City. Und wer eine Smart City will, sollte auch die Daten der Gebäude nutzen.